Norddeutscher Rundfunk 2021 Jeder weiss um was es geht, der Matchplan steht. Die erste Meisterschaftsspiel. Wenn es klar ist, wir wollen aufsteigen. Wenn wir heute zuerst ein Zeichen setzen. Aber das ist auch klar, das ist wirklich ein Spaziergang. Wir müssen ab der ersten Sekunde zwei Kämpfe hin, dagegen halten und greifig sein. Gut. Spielen gegen den Ball, wie wir trainiert haben. Die ersten 15 Minuten, wir gehen aggressiv vor und drauf. Wir lassen sie nicht spielen. Denken daran, Abstände einhalten, Kette verschieben, Passweg zustellen. Philipp, wo ist er? Ja. Gut. Wir sind hier daheim. Die sollen von Anfang an merken, dass es bei uns heute nichts, aber auch wirklich gar nichts zu holen gibt. Und denken daran, wir spielen mit zwei Stürmern. Also sucht die zwei. Die werden vorne. Claudio, Mario. Keine Egonomen. Spielen miteinander, sucht die freien Räume. Dann bekommt ihr eure Abschlüsse. Giele, Spieler ist immer super drauf. Aber das zeigt sich, wenn wir von Anfang an präsent sind und greifig sind. Und dann kommt das gut, Captain Crice. Er kann sein. Und dann kommt das nicht. Aber dann kommt das nicht. Ach nein, Giel, das erste Spiel ist wichtig. Wir wollen uns die Zeichen setzen, aber für das braucht's allen. Kein Einzuspieler ist wichtiger als die ganze Mannschaft. Jetzt gehen wir da raus, haben Freude und zeigen, was wir drauf haben. Mario. Also, Giel, du hättest gehört. Das Wichtigste, dass wir Freude haben. Wir packen das. Auf drei. Eins, zwei, drei... Fieber! Jungs, spannend!